Leute, was geht ab? StatiBuddy ist wieder zurück. Wir waren ja lange nicht wieder da gewesen, aber jetzt habe ich wieder einen coolen Simulator gefunden, wo ich richtig Bock habe, den zu spielen. Und zwar, wir müssen uns durch diese Wand hier boxen, Leute. Also wir werden pro Schlag immer stärker und stärker und dann müssen wir probieren, durch verschiedene Wände uns durchzuschlagen. Und ihr seht schon, Leute, da hinten sind richtig dicke Wände. Also man muss später durch eine Lava-Wand sich durchboxen. Werden wir das schaffen, Leute? Ich werde heute wieder richtig viele Robux ausgeben, dass wir ins letzte Level kommen. Und ich würde jetzt erstmal gucken hier. Ihr seht, man kann jetzt quasi hier so rumschlagen und wir können jetzt hier am Boxsack, werden wir immer ein bisschen stärker. Boom, 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 immer stärker. Zack, 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 zack. Und wenn wir jetzt gleich stark genug sind, könnten wir eigentlich direkt schon zur Wand gehen und mal testen, ob wir hier weiterkommen. Warte mal. Bro, die erste Wand, würde ich mal sagen, ist einfach weg. Das ist auch noch die Noob-Wand, Leute. Das ist halt wirklich für die Anfänger. Und das schafft man locker hier. Ey, guck mal, wie stark wir schon sind. Was? Ey, und das... Ah, okay, also man kann nur an diesen Boxsacken trainieren. Und guck mal, wie weit wir hier vorankommen. Wir haben ja gerade mal kurz drangeschlagen. Kann man hier... Oh, ein Geschenk. Oh, okay, was gibt's jetzt hier? Beanspruchen. 150 Stärke oben drauf. Let's go. Okay. Zwei Schläge. Oh, was ist das denn hier für eine Wand? Ey, ich bin echt gespannt, wo das hingeht, ey. Wir können gleich mal im Shop gucken, was da auch geht. Aber bisher ohne Probleme. Hä? Wir haben einen Win bekommen? Nee. Okay. Ah, wenn man weiterkommt, dann bekommt man einen Win und dann wird man wahrscheinlich noch stärker. Guck mal, man kann sich... Oh, nein. Man kann sich Rainbow-Handschuhe kaufen. Wartet mal. Was ist das denn? Jetzt haben wir rote Handschuhe. Hä? Hä? Oh Gott, jetzt machen wir aber, glaube ich, ein bisschen weniger Schaden, ey. Oh, nein. Guck mal, man kann sich hier... Ey, Leute, man kann sich für 1500 Robux so eine speziellen Handschuhe kaufen. Soll ich das mal machen? Also, zack, zack, zack. Hier noch ein bisschen schlagen, ey. Das ist... Oh, ich kann das nächste Geschenk beanspruchen und das sind 500 Stärke noch mal zusätzlich. Sehr, sehr gut. Okay, wir gehen jetzt hier auf 700 Stärke zu. Und jetzt werde ich direkt mal zur Wand laufen. Das ist übrigens die letzte Wand. Die Frage, die ich... Leute, was gibt das alles hier im Shop? Ich glaube es nicht. Guckt euch das mal an. Sollen wir uns hier ein geheimes Ei für 1300 Robux holen? Ich sag mal so, wenn ihr jetzt in 1, 2, 3, 1 Like da lasst und ein Abo, dann kaufe ich mir das. Hey, ihr habt ja wirklich geliked. Was? Warum habt ihr geliked? Okay, ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Aber ich glaube, wir sind noch viel zu früh, um uns das zu kaufen. Aber ich werde es mir kaufen. Also, seid auf jeden Fall gespannt. So, wir gucken mal. Ey, das sieht doch so heftig aus, ne? Der Wasserkönig. Guck mal, der Schlüsselmeister. Wenn wir den haben sollten, vorbei. Gut. Also, Shop werden wir definitiv leer kaufen. Ich muss noch mal bei den Handschuhen gucken. Ich frage mich halt... Ey, ich will diese Rainbow-Handschuhe haben, ne? Ich frage mich halt, was das bringt. Weil ich habe jetzt 600... Guck mal, ich kann mir jetzt blaue Handschuhe kaufen. Werde ich aber dadurch jetzt stärker oder werde ich eigentlich dadurch nur schwächer? Guck mal hier. Na ja, okay. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich dadurch stärker geworden bin. Aber wir müssen jetzt hier durch so eine richtig krasse Betonwand uns hauen. Boah, das wird auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Aber bisher, ja, kommen wir locker durch. Und jetzt haben wir den ersten Sieg. Let's go. Ah, jetzt müssen wir Siege sammeln. Und von den Siegen können wir uns denn Haustiere holen. Nein. Ein Schweinchen. Eine Kuh, ein Lamm, ein Hund. Boah, geil, Leute. Okay, ich bin gespannt, wie wir mal hier aufmachen. Und wir haben eine Katze bekommen. Wow. Okay, ich gucke mal kurz, wie stark die Katze ist. Die Katze bringt uns ein 1,5-Mal-Boost. Das heißt, also wenn wir jetzt anfangen zu trainieren, guck mal hier, dann sind wir jetzt deutlich stärker. Und wir machen viel, oh Gott, guck mal hier. Nein. Ich kann fünf Siege beanspruchen. Das heißt, wir können uns direkt das nächste Haustier holen. Ich hole es mir direkt. Und ein episch Bär. Was? 7,31%. Leute, was geht hier ab, was geht hier ab? Der macht. Der hat einen Boost von 2,61. Ihr glaubt jetzt ja gar nicht, was passiert. Wisst ihr, wir haben jetzt zwei OP-Katzen, OP-Haustiere. Guck mal hier. Guck mal hier. Wie schnell ich jetzt hier Power mache. Und jetzt werde ich noch machen. Schlagtempo. Mal zwei. Das kostet 500 Robux. Zack, werde ich mal schnell kaufen. Und jetzt guckt euch das an. Boah, boah. Oh, was? Wie schnell geht das bitte? Äh, guck mal. Nein. Leute, ich kann jetzt Autoschlagen machen. Guckt mal bitte, wie schnell meine Stärke hochgeht. Das ist doch nicht mehr normal. Ich kann sogar doppelte Stärke kaufen. Ey, ich mach das jetzt. Leute, ich sag euch ehrlich, wir werden uns jetzt die doppelte Stärke kaufen. 650 Robux. Ist mir egal. Wir werden das hier reinhauen. Und jetzt machen wir... Ey. Wir sind jetzt gleich auf 1000 hoch. Wie viel brauchen wir denn überhaupt für die nächste Welt? Oder können wir jetzt schon in die nächste Welt gehen? Warte mal. Ich will jetzt mal hier einmal... Ich will jetzt mal einmal hier losschlagen. One, one. Alter, Leute. Leute. Was passiert hier gerade? Ähm, okay. Okay, was? Wir brauchen für die nächste Welt 10 Siege, um da reinzukommen. Oder? Ach nee, das ist hier die beste Liste. Ey, ich soll irgendwie wieder probieren, auf die beste Liste zu kommen. Okay, wir brauchen also 10 Siege. Das ist das Pet hier. Und ich sag euch ehrlich, ich werde mir jetzt einfach 15 Siege als... In 7 Minuten bekommen wir die giftige Hydra. Und eine OP-Bestie in 50 Minuten. Okay, ich hole mir jetzt erstmal hier die 15 Siege. Das heißt, wir können jetzt in die nächste Welt gehen. Oh. Boah. Okay, sind die... Guckt euch mal hier die... Sollen wir VIP machen? Da bekommen wir mal zwei. Ich werde VIP. Ich sag euch ehrlich, das lohnt sich ja richtig. Also 400 Robux hier nochmal. Oh, Mann. Manometer, Zitronen, Peter. Wir geben euch schon wieder so viel aus. Aber, Leute, das ist doch Stunny Buddy. Der muss richtig viel ausgeben. Und... Glücksrad! Let's go! Bitte, Beast. Bitte, Beast. 500 Stärke nochmal. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Hallo. Guck mal, das ist hier ein Anfänger. Ich bin zwar auch noch ein Anfänger, aber guckt mal bitte, wie schnell ich Power mache. Ey. Ich bin gespannt. Warte mal, warte mal, warte mal. Guck mal, wir haben ja jetzt hier die neuen Wände. Und zwar, das ist hier so eine Marmorwand. Äh... Okay. Bro, diese Marmorwand ist ja gar kein Problem für mich. Also... Oh, das ist so eine Metallwand aus Fortnite. Zack, zack. Links, rechts, links, rechts. Und guck mal, ich schaue noch... Ich klicke noch nicht mal schnell. Guck mal, wenn ich schnell klicke... Oh, was ist das für eine Wand? Sieht auch cool aus. Aber keine Chance gegen Stunny Buddy. Werden wir... Ich bin gespannt, ob wir das nachher durch diese Lava-Wand schaffen. Aber ich glaube... Plus... 10 Siegel. Okay, wir brauchen 50 Siegel, um in die nächste Welt zu kommen. Das Ding ist... Ich würde mir gerne hier so ein OP-Pad holen. Das kostet... Das braucht... Dafür brauchen wir 30 Siegel. Deswegen müssen wir jetzt noch mal hier... Guck mal hier. Ich mache jetzt mit... Leute, mit Auto-Dings. Einfach durchlaufen. Wir müssen jetzt schnell Siegel sammeln. Und da können wir uns gleich noch mal schöne OP-Pads holen. Um uns den Boost hier zu können. Oh, das ist sehr gut. Komm, einmal durch hier. Zack. Haben wir geschafft. Perfekt. Und jetzt geht es einmal hier... zu den Austieren. Und bekommen eine Ente. Nein! Ente! Das ist die schlechteste. Aber... Boah, Leute. Unsere... Unser Bär ist einfach tausendmal besser als die Ente. Und unsere Katze ist auch besser als die Ente. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Ey, ich sage euch ehrlich. Das war ja voll die... Äh... Ja, Verschwendung gewesen. Aber... Nein. Ähm... Naja, gut. Okay, Verschwendung war es jetzt nicht unbedingt gewesen. Also wir machen immer noch extrem viel Schaden. Und da oben haben wir gleich noch mal das neue Glücksrad. In 15 Sekunden. Okay, wir müssen uns gedulden. Jetzt können wir noch schnell eine Runde machen. Wir können schnell noch mal Siege sammeln. Und das Geschenk haben wir auch in 10 Sekunden. Also Glücksrad. Und... Oh, wir haben einen Spin bekommen. Okay, wir machen jetzt noch schnell die Runde zu Ende. Sammeln hier kurz einmal die Wins ein. Und dann werde ich direkt das Glücksrad einmal auswählen. So, zack. Wir haben es geschafft. Okay, ich kann den Bike... Wie stark denn die jetzt, bitte? Okay, ich kann nebenbei einfach Glücksrad machen. Wir drehen noch mal. Bitte. Bitte, Pat. 500 Stärke noch mal oben drauf. Ey, das ist mal 4,1-Biest. Krass. Und jetzt noch mal ein Geschenk. Was ist das denn? Leute, danach haben wir die güftige Hydra. Und wir haben ein Geschenk bekommen. Ein Trank. Ein Doppelfestigkeitstrank. Verdoppelt deine Stärke für 30 Minuten ums Doppelte. Und guckt euch das an. Wir haben jetzt schon 50 Siege. Wir gehen durch die Wände durch ohne irgendwelche Probleme und haben es schon geschafft. Wir haben 56 Siege. Und ich kann in die nächste Weltreihe gehen. Nein, niemals. Ey, Leute, guckt euch mal das Ei an. Guckt euch mal dieses OP-Ei an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ja, das ist das... Warte mal, ich will hier trainieren. Ich weiß aber nicht, ob das mehr bringt hier. Warte mal. Ne, ich glaube, das bringt mehr hier. Wir können uns jetzt gleich eigentlich auch die nächsten Handschuhe kaufen. Und zwar, ich würde mir die grünen... Ach, die geben mehr Geschwindigkeit, die Handschuhe sogar. Guck mal. Die Regenbogenhandschuhe geben 90% Geschwindigkeit. Ich würde sagen, wir warten jetzt, bis wir uns die schwarze Handschuhe kaufen. Nämlich dafür brauchen wir insgesamt 5000 Stärke. Okay, ich würde sagen, ich stelle mich jetzt mal hier kurz hin. Warten, bis wir 5000 Stärke... Okay. Ja, Leute, vergisst das. Ich wollte gerade sagen. Und zack. Guck mal. Wie schnell wir jetzt schlagen. Bum, 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 bum. Ey, guck mal, wie schnell wir jetzt wieder Stärke machen. Ich glaube, die haben uns so krass verbessert. Ich werde jetzt wieder mal ein bisschen Stärke sammeln. Die Handschuhe sehen auch extrem cool aus. Also Ziel wird sein, auf jeden Fall diese Handschuhe zu holen und die Regenbogenhandschuhe. Und es gibt einfach Loob-Handschuhe. Die kosten 600 Millionen. Was sind das denn für Loob-Handschuhe? Wenn man 600 Millionen dafür bezahlen muss. Ich gehe mal noch mal kurz in den Shop rein. Ich hole mir jetzt einmal doppelte Siege. Das kostet zwar noch mal 250 Robux, aber dadurch kommen wir schneller in die neuen Welten rein. Zack. Und was ist das denn hier? Keine Wartezeit für Haustiere. Ey, wir haben jetzt schon wieder 500 Stärke. Ich glaube es nicht. Leute, was ist das denn? 5000 St... Nein, jetzt reicht es mir. Freunde, wir werden jetzt... Warte mal. Wir werden jetzt einfach hier... Guck mal hier. Goldwände. Das sind Diamantwände. Nein, guck mal. Keine Probleme. Es geht einfach straight durch. Ach du Gründer. Es gibt... Was? Wir können uns jetzt dieses neue Lava-Eck holen. Ich glaube es nicht. Ey, das ist ja absolut geistig krank, was wir hier machen. 50 Siege bekommen wir jetzt hier schon. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Wir haben jetzt hier die 50 Siege. Damit werde ich mir jetzt hier dieses Lava-Eck holen. Und ihr müsst mir jetzt die Daumen drücken. Ich brauche diesen lila Drachen. Die Wahrscheinlichkeit, diesen lila Drachen zu bekommen, ist bei 5%. Also wenn ich 100 Mal dieses Ei aufmache, müsste ich 5 Mal den Drachen nur bekommen. Das ist ultra selten. Nein, wir kriegen den Schlechtesten. Nein. Leute. Das Schlechteste ist das Beste. Dieser grüne Drache ist besser als der Bär und die Katze. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Das heißt, ich kann hier nochmal ordentlich trainieren. Doppelt so schnell trainieren. Guckt euch das an. Wir kriegen nochmal einen ultrakranken Fuß. Und ich würde sagen, ich sammle jetzt mal ein bisschen Stärke. Ich bin jetzt... Ne, ich wollte gerade sagen, ich bin in der Rangliste schon ganz oben. Aber ich sammle jetzt Stärke. Und dann werden wir uns gleich die nächsten Handschuhe kaufen für 10.000. Oder soll ich 50.000er Handschuhe direkt kaufen? Ich sage euch ehrlich, wir werden jetzt direkt die 10.000er kaufen. Und dann werde ich sparen für die 50.000er. Und dann geht es in die nächste Welt rein. Guckt euch das an. Boah. Guckt euch das mal an. Die haben vorne sogar so eine Spitzen. Und so eine Kette da dran. Und guckt mal, wie schnell das geht. Hier oben unsere Stärke wird immer krasser. Ich glaube es nicht. Können wir schon Wiedergeburt machen? Nein. Wir könnten sogar Wiedergeburt machen. Oh, was sollen wir das machen, Leute? Ich weiß nicht, ob es dir das lohnt. Aber Wiedergeburt lohnt sich eigentlich schon immer. Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal Wiedergeburt. Und dann, ich werde aber jetzt schon, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Ich glaube, Wiedergeburt lohnt sich schon. Ich werde sie mich jetzt einmal machen. Oh, hä? Bro, wir hätten Wiedergeburt vorher machen sollen. Nein. Das ist schlau, dass wir schon so gute Handschuhe haben. Okay, wir werden jetzt einmal rebirthen die ganze Zeit. Und dann, äh, ja, sehen wir uns gleich wieder. Ich werde mal hier ein bisschen Power sammeln. So, ich habe jetzt hier die ganze Zeit trainiert, Leute. Wir sind jetzt bei 10.000 Stärke. Wir gehen jetzt in die Handschuhe rein. Und, okay, die kosten 50.000. Aber das ist kein Ding, weil wir haben jetzt hier nochmal ein Geschenk. Und das ist die giftige Hydra, die wir jetzt aufmachen können. Und die haben wir jetzt bekommen. Ich bin gespannt. Nein. 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 Leute, ich glaube es nicht. Ich glaube, was passiert hier gerade? Diese Hydra hat einen 3,5-Mal-Boost. Und sieht sowas von heftig aus. Krank. Guck mal, die hat auch die Hydra. Oh mein Gott. Okay, ich bin jetzt mal gespannt, wie stark wir sind. Äh, ähm, ähm, äh, Leute. Warum sind wir so stark? Warum sind wir so stark? Guck mal. Was? Glücksrad? 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 250 Stärke nochmal oben drauf. Ich sage euch ehrlich, ich muss mal gleich gucken, wie viel wir brauchen, um in die nächste Welt zu kommen. Aber nein. Ich habe es vergessen. Wir können auch Wiedergeburt machen. Och Mann, Leute. Jetzt muss ich wieder ein bisschen Power sammeln. Wir brauchen 500 Siege. Okay, ich hätte jetzt die 500 Siege ein bisschen sammeln können. Aber ich habe jetzt auch Wiedergeburt gemacht. Weil Wiedergeburt, das bringt halt immer mehr Stärke. Ihr seht, wie schnell es jetzt geht. Es lohnt sich erstmal, Wiedergeburt zu machen. Weil dann machen wir 30% immer mehr Stärke. Gut, okay. Ich sammle wieder und dann sehen wir uns gleich. So, ich habe jetzt gerade nochmal Wiedergeburt gedrückt. Das heißt, wir machen jetzt insgesamt, ich muss euch mal hier das zeigen. Wir machen jetzt 30% mehr Stärke. Also ich erhöhe, die Stärke wird sich erhöht. Wir können jetzt in den Shop gehen und ich werde mir jetzt hier. Ach, das sind 10 Eier. Warte mal. Ich werde nicht, ich habe es euch versprochen, Leute. Wir müssen es ausgehen. Ich habe es versprochen. Ihr habt ja auch gleich 1300 Secret Eier. Wo man den Schlüsselmeister bekommen kann, der mal 250 macht, Leute. Das ist sowas so geil. Also wenn wir den kriegen sollten. Äh. 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 Hümmels. Wir brauchen Wasserkönig. Äh. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Ey, was ging denn jetzt ab gerade? Warte mal. Ich muss jetzt mal kurz was gucken hier. Und zwar, wir machen jetzt mal kurz. Wartet mal. Wie stark sind die? Leute. 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 Der hat ein 35 Mal Boost. Die Hydra hat ein 3,5 Mal Boost. Das Ding ist, 30 Mal stärker als unser bestes Pet. Ich rüste aus. Ich rüste aus. Und wir haben davon drei Stück. Guckt euch das an, wie die aussehen. Guckt euch das an. Das sind ja auch nicht mal die Besten. Freunde. Das Beste ist der Schlüsselmeister und der Feuerkönig. Wir haben gerade mal das zweitschlechteste. Und guckt mal jetzt bitte. Wie viel? Nein. Bro. Äh. Wie viel Stärke machen wir? Nein. Leute, wir haben jetzt schon 50.000 Stärke. Wir haben jetzt auch nochmal einen Dreh hier. Nochmal einen Dreh. 500 Stärke oben drauf. Wir sind jetzt gleich auf 100.000 Stärke. Und ich kann gleich noch ein neues Geschenk aufmachen. Nochmal 1.500. Ja. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Guckt euch das an. Ja, guckt euch das an. Es ist kein Spaß mehr. Wir können jetzt einfach so durchrennen. Und wir haben uns jetzt die nächste Welt freigeschaltet. Wir gehen jetzt rein. Und hier gibt es... Oh. Bro. Was sind das für Wände? Ich glaube es nicht. Äh. Nein. Es geht in eine komplett neue Welt rein. Und es gibt hier ein neues Ei auch. Ah, okay. Das ist die Bestenliste hier. Oh, 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 oh. Leute, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich will mal... Bevor wir jetzt hier eine Runde machen, kaufe ich mir die neuen Handschuhe. Die Kaktushandschuhe. Weil die richtig gut zu Stani Bunny passen. Dann werden wir mal hier ein bisschen Power aufnehmen nochmal. Boah. Guck mal, wie schnell wir schlagen. Hä? Was? Ich könnte mir eigentlich direkt die Berge... Megas Handschuhe. Das sind goldene Handschuhe. Leute, ich sag euch ehrlich. Sollen wir uns in der nächsten Folge die leere Handschuhe kaufen? Die kosten 1700 Robachs. Das wäre auch unnormal krank, glaube ich. Okay, guck mal hier. Wir sind Reisender. Wir haben 100.000 Stärke. Und ich will mal kurz was gucken. Können wir schon in die nächste Welt theoretisch rein oder geht das noch gar nicht? Geht das hier? Ne. Warte mal. Du brauchst 2500 Siege. Äh. Äh. Was? Was? Nein. Was? Als ob wir die... Ich kann es nicht glauben. Ich kann es gerade nicht glauben. Wir haben noch nicht mal die krasseste Stärke überhaupt. Wir machen hier 250 Siege pro Run. Ich kann jetzt hier... Ich vergesse immer die Wiedergeburt zu machen. Wir können jetzt nochmal trainieren hier. Ordentlich. Guckt euch unsere Stärke an. Wir können gleich direkt nochmal Wiedergeburt machen. Wir werden gleich in die komplett neue Welt gehen. Selbst die Lava wand. Guckt euch das an. Hä? Ich kann jetzt nochmal Wiedergeburt drücken. Das kann doch nicht wahr sein. Und... Wiedergeburt. Guck mal, wie schnell das jetzt geht. Mit der Power. Und das Ding ist, ich werde mir jetzt hier noch... Jetzt übertreiben wir. Ich werde mir jetzt hier noch ein... Äh. Was holen wir uns, Leute? Ein... Achso, das sind nur... Ah, das sind diese Festigkeitstränke. Das sind die einzigen, die gut sind. Okay, da haben wir aber schon einen... Okay, wir brauchen uns wirklich mehr kaufen. Wir können uns gleich hier die nächsten Handschuhe kaufen. Und wir können uns auch die nächsten Haustiere holen. Das Ding ist nur, ich glaube, dass wir gar kein... Dass die Haustiere zu schlecht sind. Weil wir haben ja diese krasse OP-Haustiere. Ich muss mal kurz einmal gucken. Das... Oh, legendär Feuerauge. Zum Vergleich. Das Feuerauge macht 5,5 Boost. Und wir haben hier 35 Boost. Okay, das ist... Ihr merkt, was für ein Level wir gerade mittlerweile sind. Wir haben hier wirklich alles schon komplett durchgespielt. Wir brauchen halt 2500 Siege für die nächste Welt. Aber ich sage euch, wir können direkt reingehen. Es bringt gar nichts mehr, äh, in dieser Welt hier zu bleiben. Dann guckt euch mal die Wände an. Das ist doch kein Gegner mehr hier für mich. Oh, weiter, weiter, weiter. Direkt weiter. Ich werde jetzt direkt weiter in die nächste Welt gehen. Ich bin gespannt, was hierfür... Oh. Oh mein Gott. Oh mein... Hä? Ja, ich muss sagen. Na? Oh, ja. Die Wände brauchen ein bisschen länger. Aber auch nicht übertrieben krass. Und das heißt, wir können... Ah, wir können... Oh, wir können auch nicht mal in die Wiedergeburt gehen. Okay, krass. Ah, okay. Die Holzwand hier. Und wir sehen hier... Okay, noch drei Wände. Ich bin gleich gespannt, wie viele Wins wir kriegen. Aber das wird wahrscheinlich... Also, das muss ja sehr, sehr krass sein. Wir kriegen als nächstes... Okay, Drehung kriegen wir dann auch in einer Minute. Was ist das hier für eine Wand? Werden wir es da durchschaffen? Komm. Ja, schaffen wir. Schaffen wir locker flockig. Und wir sind durch. Was? Da fehlt noch eine Wand. Nein, die letzte Wand. 750 Siege. Das heißt, weil ich ja... Nein, naja. Oh, 750 Siege. Das Ding ist, wir brauchen das gar nicht mehr machen. Wir brauchen eigentlich... Nur noch... Hier an diesen Boxsäcken... Uns hoch trainieren. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt auf 250.000... Und werde mir da Handschuhe kaufen, die 70% schneller sind. Also neue Bergmann-Handschuhe. Und dann gehen wir relativ schnell Richtung Rainbow-Handschuhe. So, 250.000 haben wir jetzt gleich. Und 250.000, zack. Wir haben die Rainbow... Oh, Gottes. Guck mal. Bro, was? Wie stark sind die? Äh... Nein. Nein. Okay. Ich werde drehen. Bitte das... Bitte das... Bitte das... 500 Stärke nochmal. Auch gut. Aber guckt euch das an, bitte, wie das abgeht. Als nächstes müssen wir definitiv wieder Wiedergeburt machen. Dann sind wir nämlich schon Großmeister. Und dann können wir gleich eigentlich auch in die nächste Welt gehen. Aber ich will mir, bevor wir das machen, will ich mir die goldenen Handschuhe freischalten. Und das werden wir jetzt relativ schnell machen, nachdem wir Wiedergeburt gerückt haben. Und... Bumm. Und jetzt geht's ab. Leute, wir werden jetzt so lange sparen, bis ich die goldenen Handschuhe habe. Ich habe mir jetzt überlegt, um noch einen kleinen Boost zu holen. Und zwar werde ich mir vier Pet-Equipment hier holen, Leute. Da können wir nämlich vier Pets dann ausrüsten. Zack. Jetzt haben wir neue Haustiere. Und jetzt kann ich hier nämlich noch... Hä? Der ist ja gar nicht so gut, der Wasserkönig, Leute. Können wir hier noch den Wasserkönig ausrüsten. Den hier. Bam, bam, bam. Und dann machen wir direkt nochmal, Leute. Wir machen halt jetzt direkt... Äh, das ist vorbei. Guck mal jetzt, wie schnell wir jetzt hier die Power machen nach oben. Wir haben jetzt ja nochmal dadurch einen richtig dicken Boost bekommen. Ich bin jetzt schon Psycho-Meister. Und ihr seht auch, ich könnte gleich nochmal hier bei einer Million Wiedergeburt machen. Aber ich werde es nicht machen, weil wir wollen uns ja die goldenen Handschuhe zusammensparen. Dafür brauchen wir eine Million Stärke. Also es dauert jetzt noch ein bisschen. Und wenn wir die haben, dann zu krank. So. Oh, 850.000. Wir gehen jetzt auf die 800.000 zu. Oh, okay. Die Handschuhe, Leute. Die Minashandschuhe. Ey, die machen... Das ist so krank, Leute. 80% mehr Geschwindigkeit, ne? Ey, wenn wir diese goldenen Dinger haben... Okay, wartet mal. Wir sind jetzt gleich hier. Zack. 20.000. Und... Ey, guck mal. Wir sind Diamant. Wir sind Rang Diamant. Wow. Goldene Handschuhe, Leute. Goldene Handschuhe. Wir gucken mal, wie schnell die sind. Nein. Guck mal hier. Guck mal hier. Wie schnell das hochgeht. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Leute, wenn ihr mehr von diesem Simulator sehen wollt. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir hier hinten lang gehen und alles zerstören. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ich werde mir als nächstes... Also wenn ihr jetzt wirklich supportet wieder krass, Leute. Hole ich mir diese Handschuhe. Die machen 300% Geschwindigkeit für 1700 Robux. Leute, das war es gewesen. Like und abonnierst nicht vergessen. Tschüss, Leute. Musik. Musik. Musik.